Den Link zu OuterCity und zu Windows Movie Maker findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo und ich begrüße euch herzlich zu meinem ersten und auch letzten Tutorial. Ja, ich werde heute nur zeigen, was ich für Einstellungen bei Fraps habe und welche Programme ich benutze. Ich benutze Fraps, OuterCity und Windows Movie Maker. Hier seht ihr, wenn ihr Fraps aufmacht, das seht ihr dann. Bei General klickt ihr einfach nur auf Fraps Windows Always On Top und Monitor Aero Desktop. Da nehmt ihr ein Desktop auf. Dann klickt ihr auf Fraps, das lasst ihr so wie es ist. Ja, das könnt ihr auch lassen. Also ihr wollt was anderes einstellen, Overlay Hotkey. Fragt mich nicht, was das ist. Settings, da braucht ihr eigentlich nichts einstellen. Das ist eigentlich auch uninteressant. Äh, das ist auch Quatsch. Hier könnt ihr einstellen, wo Fraps angezeigt werden. Links oben, rechts unten, oben, links unten, rechts unten und Hit Overlay. Gar nicht angezeigt. Okay. Jetzt kommen wir zum interessantesten Teil. Äh, Movies. Folder to Save Movies In. Da wählt ihr den Ordner aus, in dem die Filme gespeichert werden, die ihr aufnimmt. Und hier unten bei Video Capture Hotkey, da könnt ihr dann einen Knopf auswählen, nach Belieben, wo ihr Fraps startet. Wenn ihr zum Beispiel jetzt F4 drückt, dann startet Fraps. Drückt ihr wieder F4, dann endet Fraps. Also die Aufnahme. Ja. Also hier unten Video Capture Settings, da würde ich euch 30 Fraps empfehlen und Full Size. Das ist die volle Video Qualität. Das heißt, es schaut scheiße aus. Das würde ich nicht nehmen. Dann Record Windows 7 Sound. Da wird der Sound aufgenommen von Windows 7. Stereo würde ich empfehlen, außer ihr habt ein, ja Stereo. Nein, Multi Channel ist scheiße. Dann bei Record External Input. Da könnt ihr auswählen, also wenn ihr das anklickt, dann nimmt es die Stimme auch gleich auf. Das würde ich allerdings, ich weiß nicht warum ich das anhabe, aber das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen. Denn es ist, ihr hört dann immer ein Rauschen und bei Outer City, komme ich gleich dazu, könnte das Rauschen wegmachen. Ohne Capture will Pushing. Ja, braucht dann gleich auch nicht machen. Hit-Mouse-Course in Video. Da wird die Maus angezeigt oder auch nicht angezeigt. Lock Framework with Recording. Das ist eigentlich auch interessant. Und das braucht ihr alles nicht unbedingt mehr aufnehmen. Wenn ihr ein professionelleres Video sehen wollt, was das alles sind, dann müsst ihr woanders hingehen. Aber das sind so die Einstellungen, wo ihr einfach aufnehmen könnt und das reicht. Screenshots, ja, wenn ihr Screenshots einfügen wollt, braucht man eigentlich auch nicht. Dann sind diese Einstellungen eigentlich am besten. Ja, passt zu Fraps. Jetzt geht es weiter zu Outer City. So. Ja, hier seht ihr oben verschiedene Sachen. Es ist nicht so kompliziert, wie es aussieht. Außer ihr wollt wirklich professionell damit arbeiten. Aber das braucht es ja nicht zum Videos erstellen. Also, einen kleinen Tipp. Hier, wenn ihr drauf drückt, dann startet die... Ah ja, fürs Tutorial stimmt. Da habe ich jetzt nicht Outer City benutzt. Deswegen habe ich das unten bei Fraps eingestellt. Egal. Also, hier startet ihr dann die Aufnahme. Und ihr seht, die Leiste führt hier. Die ganze Leiste. Wenn ich rede und lauter rede, dann wird es auch höher. Genau. Also, am Anfang solltet ihr die Aufnahme starten. Aufnahme. Klick. Dann geht ihr zu Fraps. Klickt hier auf Aufnahme. Und wenn ihr bei Fraps auf Aufnahme klickt, drückt ganz laut. Zum Beispiel jetzt. Jetzt mal leise. Den Button. Also das, also den Schalter, wo ihr ausgesucht habt. Wo ihr aufnehmen wollt. Wo ihr die Aufnahme starten wollt. Dann seht ihr hier, seht ihr da das kleine Ding hier. Und dann weißt ihr, aha, was danach ist, könnt ihr weg machen. Das zeige ich auch. Wenn ihr fertig seid, der Aufnahme drückt auf Stopp. So. Und jetzt, da habe ich das Geräusch gemacht. Alles, was jetzt davor ist. Könnt ihr. Wartet. Nein, nein, könnt ihr. Das sind jetzt von mir. Bisschen mehr Sekunden. Aber normalerweise sind es so 10 Sekunden, 20 Sekunden. Dann startet die E auf die Arme. Drückt einfach auf Löschen. Dann habt ihr jetzt die Aufnahme hier. Okay. Soviel dazu. Dann habt ihr hier die... Wenn ihr mit Audacity auch aufnehmen wollt, dann ist natürlich das Record External Input das Häkchen aus. Dann habt ihr das. Dann geht ihr auf Effekt. Rausch Empfehlung. Auf Rausch Profil. Und dann habt ihr jetzt kein lästiges Rauschen mehr. Jedes Mikrofon rauscht ja. Jedes Mikrofon rauscht ja. So. Und dann geht ihr auf... Jetzt wird das etwa, wenn es euch zu leise ist, die Aufnahme. Dann müsst ihr auf Effekt. Kompressor. Und am besten sind dann diese Einstellungen hier. Sie sind bereits auch so. Wenn ihr es euch runterlädt. Drückt einfach mal auf Okay. Und dann wird das lauter gemacht. Ihr seht's. Jetzt ist alles wieder ziemlich laut. Ja. Ähm. Mehr braucht ihr eigentlich nicht zu tun. Äh. Dann könnt ihr... Geht ihr hier links. Dann wird alles markiert. Dann geht ihr auf Datei. Exportieren. Dann könnt ihr den Namen eingeben. Der... WAF-Datei. Das ist MP3-Datei. Da spielt jetzt die, 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 die. Dann geht ihr hier auf Desktop. Könnt ihr das speichern. Und jetzt ist die Datei... Drückt ihr auf Okay. Dann müsst ihr nichts mehr ändern. Und jetzt ist die Datei... Datei... Auf den Desktop. Die, 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 die. Genau. So. Das, was eigentlich da alles sieht. Ihr müsst ihr eigentlich nicht können und machen. Das reicht... Eigentlich für ein... Professionelles Video. So. Jetzt habe ich natürlich kein Video vorbereitet für euch. Das ist jetzt... Etwas doof. Dann habt ihr den Windows Movie Maker. Hm. Ähm. Dann öffnet ihr einen Ordner. Zieht hier... Äh... Zwei Minuten sind jetzt ein bisschen zu lang. Dann zieht ihr hier ein Video rein. Hier. Unten. So. Das Video ist jetzt... Ihr habt ja keine Tonspur. So. Dann zieht ihr hier die WAF Datei. Hier unten. So rein. Das ist... Das ist parallel. Zum Anfang ist. Drückt auf. Ja. Dann habt ihr hier... Den Ton den ihr gesprochen habt. Hm. Ja. Der Ton dauert so lange wie das Video ist. Dann geht hier mal... Film speichern. Benutzerdefinierte Einstellungen erstellen. 1280 Pixel mal 27. Das ist HD. 27P. Bitrate 8000. Bitrate 30. Audioformat. Äh... Ja. Das könnte eigentlich alles so lassen. Ich habe jetzt... Folgende Einstellungen. Hm. Nein. Geht ihr auf Film speichern, wenn ihr Einstellungen habt. Nochmal. So. Das habe ich jetzt. 1200... Stopp. Na. Zeig's an. Hm. Genau. 1280 mal 27P. Äh... Bild. Ah ja. Das muss ich noch. Genau. Seitenfeld ist Breitbild. Geschätz Dateigröse 513 Megabyte. So. Ah ja. Stimmt. Dann geht ihr... Bevor geht ihr auf Projekt und drückt hier Breitbild. Über Standard sind die ganzen Ränder... Schwarzen Ränder zu sehen im Video. Das ist wirklich nicht schon anzusehen. Also bei Projekt noch auf Breitbild gehen. Startseite. Animation. Wenn ihr noch Video... Also Musiktitel einfügen wollt. Äh... Also nicht den Engelm Sound, sondern Musiktitel. Dann geht ihr hier auf... Hammers. Äh... Musik hinzufügen. Pfff. Musik hinzufügen. Dann kommen hier euer Lieder. Z.B. Drückt Doppelklick. Zack. Und... Ja. Dann habt ihr euer Lieder. Das geht aber auch nur so. Hab ich zumindest das Gefühl. Wenn ihr hier bei Fraps... Auf record external input geht. Weil wenn ihr den Audio aufnehmt. Und dann noch Musik einstellt. Das geht bei einem Windows Movie Maker nämlich nicht. Ja. Dann nehmt er... Dann ist doch keine Musik drin. Es geht auch mit Outer City noch genau. Aber das weiß ich nicht. Tut mir leid. Aber ihr könnt wenn ihr hier... Das Rauschen... Wenn ihr hier auf Input geht. Dann ist ja das Rauschen noch da. Dann könnt ihr nicht auf Rauschen entfernen klicken. Aber wenn ihr dann Musik Titel einfügt. Dann müsste es Rauschen eigentlich eh weg sein. Also... Wenn ihr... Nicht den Ingelzern aufnehmen wollt. Dann könnt ihr es auch so machen. Dann ist es meistens so laut. Dann geht ihr auf Musik Tools. Musiklaufscherker. Und dreht hier ganz leise auf. Könnt ihr dann testen immer so. Dann auf Video Tools. Und weil es auch immer zu leise ist. Dann dreht ihr eure... Sprech... Laut... Ein bisschen auf. Dann geht ihr wieder auf Startseite. Und habt ihr eigentlich alles. Drückt auf Film speichern. Euer Format. Zack. Und speichern. Dann wird der Film gespeichert. Ihr könnt den Namen eingeben von dem Projekt. Und dann wird das gerendert. Und dann habt ihr... Eine super HD Qualität. Und alles ist so... Wie es sich gehört. Ja. Warten wir noch kurz ab. Das dauert meistens also... Das sind so bloß jetzt... 10 Sekunden. Das dauert schon lange. Also wenn ihr so ein Video habt. Mit 10-12 Minuten dauert das schon... Halbe Stunde ungefähr. Naja. 15 Minuten. 20 Minuten dauert schon. Also wenn ihr eine Größe Datei habt. Aber es lohnt sich Leute. Und bitte macht es nicht anders. Macht es so wie ich es hab. Weil bei mir funktioniert. Sieht ja, dass es funktioniert. Ihr könnt natürlich... Wenn ihr mehr wissen wollt. Auf andere Tutorials gehen. Kein Problem. Da wird das noch Ausführungen geklärt. Aber ich habe ja nur ein Tutorial gemacht. Wie ich meine Einstellung eigentlich habe. Dann könnt ihr schließen gehen. Könnt ihr... Euren Ordner. Ich habe jetzt Press eingespeichert. Und da habt ihr meinen Film. Da habt ihr dieser Teil. So. Das war's eigentlich. So schnell. Könnt ihr euer eigenes Video stellen. Und... Ja. Das war's. Ich sag servus. Und wir sehen uns bei... Das war's.